Schau mal, wie das funktioniert. Du bist in deinem Glitzern, du bist in deinem Glow und du sagst, ich bin so schön, ich bin so geliebt, ich bin so erfolgreich. Alle Menschen wollen mit mir zu tun haben, jeder möchte mehr über mich wissen. Ich bin so interessant, ich bin absolut unterstützt und versorgt. Ich bin erfüllt, ich bin erfüllt von mir, von meinen Gedanken und Vorstellungen. Ich bin erfüllt von meiner Happiness, ich bin erfüllt von mir. Überleg dir mal, was dein Gegenüber jetzt zu dir sagt. Dein männliches Gegenüber sagt, oh mein Gott, du bist die schönste Frau auf Gottes Erdboden. Ich liebe es, mehr von dir zu wissen. Ich will alles von dir wissen, ich will alles von dir erfahren. Ich kann nicht eine Sekunde ohne dich sein. Du bist die Sonne, du bist mein Leben. Du bist so, so wunderbar. Ich bin so glücklich, dass du mich auserwählt hast, du wunderbare Frau. Du bist meine Göttin, du bist meine Erfüllung. Ich bin so erfüllt mit mir. Mit dir zusammen sind wir in der Energie der Erfüllung. Wir leben ein erfülltes Leben. Danke, meine Göttin, meine Schöne, meine Wunderbare. Danke für dieses wunderbare gemeinsame Leben, unsere Manifestation. Danke, meine Schöne, meine Schöne.